Weil wir beim letzten Mal so viel Spaß hatten, dachten wir, machen wir direkt noch einen Speedrun. Diesmal aber auf Mushroom Islands. Das heißt, keine Dörfer. Abgesehen davon sind wir auch in einer leicht anderen Besetzung und haben uns immer einen ganz besonderen herangeholt. Ob wir die Zeit vom letzten Mal schlagen können, seht ihr jetzt. Viel Spaß. Okay, seid ihr ready? Ja okay, aber jetzt immer auf Ernst, so wie zum F***. Seid ihr ready? Ist nett, Junge. 3, 2, 1, F*** Slants. Ja, du musst jetzt erstmal hier Dörrt... Junge, was braucht ihr den Pilzbaum ab? Dörrt, um irgendwo hinzukommen. Ich würde spontan mal sagen, Richtung... Oh, erstmal ein Screenshot gemacht. Richtung oben, oder? Äh, Nordwest, um zur dicken Insel. Nordwest, oder? Kannst, kannst du schräg hoch bauen, ja genau. Sehr schön, sehr schön. Okay, ich baue mal hier rüber. Okay, ich baue mal hier rüber. Redstone, big. Die Fresse, okay, long. Komm, wir gehen hier rüber. Ist richtig spannend hier, Junge. Also der Anfang ist immer das Schlimmste eigentlich. Ja, ich dachte wir machen es halt in der normalen Welt und nicht in sowas. Nein, Junge, ich bin doch nicht langweilig. Das würde ich ein bisschen... Oh, ja, na, ist die Schlimmste. Ja, du brauchst eigentlich nur eine Bowl und dann hast du endlich Essen durch die Pilzkow, weißt du? Ja, wir müssen erstmal den Pilzkow finden. Kommt ihr hoch? Ja, Pil... Was? Wir wüssten Pilzkow finden, die sind halt ganz oben. Digga. Bro. Nee, was drückst du eigentlich so von hinten, du scheiß Kaktea, alter. So, wir müssen, glaube ich, noch weiter nach oben für die Kühe. Aber warte mal, wir brauchen ja eigentlich auch Holz, ne? Wir müssen eigentlich auch zu einem Mindshift. Ja, das wollte ich auch sagen, wir vielleicht... Warte mal hier drüben. Seht ihr das? Wir können, maybe, das Wasser hier rüber leiten, so you know? Ja, wenn wir das Wasser hier rüber leiten zu dem Mindshift... Komm schon, das schaffen wir. Somehow. Digga, was ist das, was passiert hier? Wir werden gleich wieder neu spawnen und müssen den ganzen Weg wieder gehen. Da freue ich mich drauf. Jetzt bist du... Ich spreche mich selbst, reicht das? Nee, warte, lass das noch ein bisschen. Warte, so. Hatten wir noch Dirt? Ja, ich hab... Ja? No, Bro! Bro! Der Dirt hat grad so einen Abgang gemacht. Das ist ja auch incredibile. Ja, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Big, Junge. Oh, ist das schön. Achtung, aber nicht... Nicht nach ganz unten. Okay. Wir haben das erste Holz acquired, Jungs. Ah, okay, jetzt nennst du's da. Perfekt. Guck mal, jetzt nennst du, diesen dicken Wasserstrahl kommen wir nach ganz oben. Also, ich hab ein bisschen Holz. Also, ich geh schon mal hoch. Ich guck, ob ich ne Kuh find. Okay, wir kommen nach ganz oben. Ach du kack, jetzt direkt mal so ne riesige Wasserpfütze. Wo Pilzkühe? Da oben ist ein Wound Portal. Ich geh da hin. Wound Portal is big. Eisenberg, komplett crazy. Oh, Pilzkuh, Pilzkuh. Boah, ich werd mich so voll machen mit Bowls, Junge. Das glaubt ihr mir nicht. Ich will mir den ganzen Tag mit Suppen voll machen. Ich geh mein vor. Soll ich hier einbauen? Ich hab halt nichts zum Einbauen so. Oh, wie komm ich da hoch zu dem Wound Portal? Ich mach jetzt das ganz Riskyes. Ja. Huppa. Holy fuck. Junge, ich dachte, ich schaff's nicht. Äh, block mal die Koordinaten bitte. Einen Moment. Ich bewege mich noch zum Portal, weil da werden wir dann am besten unser Portal bauen, würde ich sagen, oder? I guess. Weil da ist, ähm, das ist schon fast fertig. Okay, Koordinaten sind... Oh, sogar Firecharges. Das heißt, wir können's sogar anzünden. Ach, wait, die sind ja refillable, ne? Jaja. Du kannst 24-7 dich voll fressen. Okay. Okay, das ist okay. Ich würd mal... Spawn keine Monster. Wait, stimmt, auf Pilzinseln spawnen keine Monster. Wait, ist das nicht dann voll easy? Ist das nicht dann voll easy alles? Ich hör irgendwer. Ja, okay. Das heißt, wir können Eier baumeln. Nether wird halt schwer. Ja, wie schon, wir machen jetzt nen richtigen Speedion. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen für nen Eimer, sonst kann ich kein Portal bauen. Okay, ich möchte jetzt eigentlich nur Eisen holen. Sven, willst du Eisen holen? Soll ich Holz holen oder andersrum? Danke, wenn du das zu mir standen übrigens üblich gelassen hast. Digga, darf mich doch erstmal kurz craften, Alter. Oh, 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 oh. Ja. Oder es nennt's... Ja, es nennt's, ich hole Holz. Ich hab... Da unten! Da unten ist! Ich hab drei Stacks. Äh, ja, ich hol Copwebs, ich hol Copwebs. Ich hab grad was gefunden. Oh, ich hab keine Blöcke mehr, scheiße. Ja. Äh, hier ist ein Cave Spider Spawner. Das ist natürlich nicht so geil. Ich hab den Spawner kaputt gemacht. Ich hab jetzt genug Seite für Betten. Aber wie kommen wir an Pfeiles, nennt's? Dann müssen wir uns wieder suiciden. Ähm, ich denke, es wird so ne Suicide nicht schlecht schliessen. Okay, ich brauch nur noch nen Wassereimer und dann können wir schon nen Nether. Ey, in der Theorie könnten wir uns feine Schere bauen. Für MLG Copwebs, Junge. Mal gucken, ob wir den Rekord schlagen von den anderen drei Floating Speedruns. Ja, wir haben einen Lohn dabei. Alle waren über zwei Stunden. Ja genau, wir erheben mich. Ist das jetzt positiv oder negativ? Positiv, Alter. Okay. So wie das aussieht. Okay, wie lang dauert das den Block hier abzubauen? Fuck Junge, ich mach mir jetzt nen Eisenspitzhacke. Ich baue gerade nen Obsidian Block mit Eisenspitzhacke ab. Nice. Brauchen wir nen Redstone? Nee. Hot Stuff? Ach nee, da ist noch mal ein fucking... Och, Digga. Wo ist hier überhaupt Wasser? Okay, Jungs, passt mal auf. Ich hab hier so nen Minenfeld erstellt, mehr oder weniger. Weil ich irgendwie die unsere Lava containen will. Es ist so schön, Obsidian mit ner Eisenspitzhacke abzubauen. Nee, das glaubt ihr mir nicht. Die 50 Sekunden fühlen sich wie ne halbe Ewigkeit an. Was machen wir jetzt nächstes für nen Biom? Eis-Biom wäre crazy, oder? Eis-Biom wäre crazy, oder? Eis-Biom wäre crazy. Also Tundra meine ich, da wo es Dörfer gibt. Oder Eis-Bikes, wo es nichts gibt. So, Jungs. Es geht los jetzt. Es geht los. Ich... Weil bei der kann ich mal kurz mal ein Spawn-Point an dem Bett setzen. Warum nicht? Nee. Hä? Nee. Warum nicht, Bro? Ey, lass mich das mit dem Piglin Trades machen, weil ich hab Goldhelm. Ja, gerne. Ich hab eh kein Gold. Ich hab kein einziges Gold abgebaut. Ich hab Gold. So scheiße, Junge. Loll. Pfff. Loll. Junge, dieser blöde Weißer-Gast. Der zweite, den treff ich nicht. Wie, der trollt mich, legit. Einmal meint hab ihn. Ich hab, glaub ich, ne Festung gefunden. Ist das ne Festung? Festung. Pick, 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 pick. Die ist sogar nicht mehr weit entfernt. Snancy ist Richtung Südwesten, wenn du reinkommst. Ich spiel die direkt. Oh, Big, Piglin Traden. Gib mir Pfeile. Geile Sau. Okay, ich hab direkt Pfeile bekommen. Neun Stück. Big. Und ich hab Fire Resistance Potion Snants. Ist das dick? Big, Big. Ich hab viel zu viel Suppen dabei, Junge. Ist doch scheiße. Also auf jeden Fall müsst ihr noch mit Piglins Traden wegen... Oh, ich hab 21 Pfeile. Digga, das ist mehr als wir alle zusammen hatten. Ich hab ja auch Enderman, aber... Ich hab kein Boot leider. Fühlst du da einfach so? Mach ich grad auch. Digga, wenn man daneben schlägt... Die Päden, die Pastade sind weg. Ja, Pilzsuchen machen sogar satt, Alter. So, ich hab bis jetzt irgendwie nur 5 gefressen oder so. Bin schon seit Ewigkeiten unterwegs. Ich hab dich tödlich erzielen. Scheiß Pitzkuh. Ein Stück Fleisch. Äh, ich sterbe jeden Moment tatsächlich. Bisschen crazy. Die machen 5 Herz einen Schaden fast, by the way. Off easy. Ich hab ne Perle. Ich hab ne Perle. Am besten sind so 12, 13. Ich hab keine Perle. Ich werd angeschossen, du scheiß Gast. Ich hab das Tadion geträckiger. Ich seh ihn nicht mal mehr. So, jetzt komm her, Gast. Du willst dich mit mir eilen, ne? So, dann passt es mir gleich. Ey, ey. Oh, hab ich den gesniped. Das kommt ins Video. Ja, komm her, du Pisser. Okay, Jungs. Ich bin in der Fetzung. Ich such kurz das Spawner. Ja, der gedroppt. Nein. Jetzt haben wir die Rods. Komm her, du Pisser. Bruder. Ja, Lone fight einfach gegen die Ender Demons. Gegen die Ender Demons. So, ich komm jetzt. Also, Ben, er wird mir gleich sagen, wo ich hin muss. Einen Moment. Ich muss grad Lone fighten. Ähm. Oh, der ist hier unterdacht. Äh. Wo ich gesagt hab, die Richtung. Ich glaub, es sah süd-ost. Ich bin mir nicht sicher. Äh. Hä? Facing north, süd, south. Du siehst es auf jeden Fall. Genau in die andere Richtung vom Warped Forest. Genau diagonal. Können wir deine Koordinaten zeigen oder so? Slansky lieber Ender Perlenfarm. Ich hab schon vier Rods. Ich komm gleich wieder zurück. Hier ist ganz viel Schiss. Ich hab sechs... Ich hab sechs Rods. Hat er wenigstens was gedroppt? Okay, ich hab sieben Rods. Ich komm wieder heim. Ich brauch nur noch Perlen jetzt. Der hat mir so die Fresse verprügelt. Aber eine Perle. Ich hab auch eine Perle. Gut. Wie ist auch nirgends, Alter. Zwei Perlen. Ich hab hier reingetötet. Hab nichts bekommen. Ich hatte halt gern Boot. Egal, ich getraden. Ihr macht das, ne? Aaaaah! Okay, mein Invental ist eigentlich ready to go. Ich farm jetzt ganz viel netherrack noch. Ah, fuck. Fuck kann ich noch... Ah, ich kann keine Koordinaten machen, Digga. Jetzt muss ich wieder ewig suchen, Alter. Hey, oder? Ich weiß zum Glück wo. Yes, 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 yes. Hab ne weitere Perle? Yes, fünf Perlen. Fünf Perlen? Ich hab fünf. Das sind zehn, oder? Malo, hast du zwei? Nice. Hahahaha. Irgendwie so kickt mein fucking fotografisches Gedächtnis nicht. Jetzt hab's einmal verloren. Dein Stubb ist gleich weg. Ja, ich weiß. Du musst grad... Du musst erst mal grad aus, und dann... Stück runter, und dann wieder rechts. Ja, hier ist er. Ich hab sieben Perlen. Snens, gib mir mal deine Perlen. Ja, wenn ich mein Stubb wieder finde. Achso, ach Digga. Ey, Wünschen, ich kenn mich einfach. Ich hab eh kaum Leben. Jo, ich komm hoch. Okay, ich hab acht Perlen. Lass los, lass los, lass los. Warum hast du so viel Quarz gefarmt, Digga? Für Level. Du hast doch 27 Quarz im Ding gehabt. Malo wollte eine Quarzen. Komm, wenn wir uns beeilen, schaffen wir es unter 1,30. So. Wir müssen straight up Richtung Süden. Also, ich baue mich mit Nether Rack. Also, ihr werdet es sehen. Also, ich warte auf jeden Fall, wenn ich's gefunden hab, dort auf euch. Also, bevor ich runtergehe. Weil ich hab Angst, dass ich beim runtergehen mal wieder vertrecke, so wie letztes Mal. Bzw. dass ich bin ungewollt nach unten. Können wir einen ganz einfachen Test machen, Snens? Wir müssen hier ein Ei werfen. Nein, nein. Kein Ei werfen, sondern einfach nach unten gucken. Da vorne. Dann hätte ich das erst nach unten schwuppeln lassen. Dann gehen wir einfach nach unten und gucken. Das sieht mir doch noch nicht so danach aus, glaube ich. Auch Junge. Psychopath, Alter. Nee. Komm es jetzt hier eigentlich wieder hoch? Also, ich lass dir Wasser runter, oder? Nö. Okay, gar nicht. Vielleicht, glaubst du. Oh, das ist doch abgebaut. Nein. Doch. Ja, unser Wasser halt. Weil das meinst war, Bro. Hä, du, ich hab gefragt, soll ich Wasser runterlassen? Hast du nein gesagt? Hä, Bro. Warum tust du denn das Wasser wegmachen? Hä, weil ich mein Wasser einmal ist. Das war ein Reflex und dann hab ich gesagt, soll ich Wasser runterlassen? So gesagt, nein. Das war das Wasser war doch schon vorher da. Nein, das hab ich da hingemacht. Hä, warum fragst du dann, ob du noch mal Wasser runterlässt? Ja, weil du doch woanders warst. Weil du woanders warst. Ja, aber was kann ich dafür? Wo bist du überhaupt gestorben jetzt? Ah, Bette, da. Ich seh dich. Was geht? Hattest du das Bett oder hat London das Bett? Ich hab kein Bett. Ich hatte das Bett. Ich hatte auch noch fünf Änderteren. Okay. Ich guck einfach, wo du gestorben bist. Ja, ich sag es auf. Ich hab das runtergeflogen. Bist du nicht auf diesem Holzbrett gestorben? Ja. Oh, hier ist ein Wasserstrahl direkt nebendran, Junge. Guck mal, wo er lang geht. Lon. Okay, hier liegt es da. Was liegt hier noch? Das ist das? Ja, komm, nicht die Augen. Nimm alles. Okay, wir haben achte Augen. Der ist kracht. Gewaltig. Ja. Okay, mal gucken. Eye of Ender. Fliegt tatsächlich Südwest von hier aus. Ich find's gerade irgendwie nur lustig, wie ich es Nens gesagt hat. Wer stirbt ist selber schuld? Und der stirbt einfach. Das hat Benner gesagt, nicht ich. Du hast es auch gesagt. Nee, 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 nee. Du hast es auch gesagt. Wer auf dem Weg stirbt, ist selber schuld. Selber schuld. Richtig. Okay, warte, London. Ich dachte, du wolltest Nens holen. Nein. Warte, nein. Wir machen einfach gleich ein neues Nether-Portal. Siehst du da hinten den Lavasee? Ja. Da gehen wir hin, machen ein neues Nether-Portal und holen Stands in Nether. Vielleicht hast du sogar nicht mal mehr Bad. Wer hast eigentlich Diamanten gefunden irgendwie? Ne, ich sehe übrigens ein Stronghold. Aber da sind die aus am Stronghold. Siehst du diese Komma runter und siehst du genau Richtung Westen diese eckige, diese eckige Insel. So leicht eckig. Warte mal, ich schau mal von da hin. Ja. Das ist das Stronghold. So erkennst du den hier. Okay, ich brauche jetzt eine Blöcke. Ja, ich bin da. Ich glaube, ich schaffe es doch nicht in 1,30 durch den Slans Incident. Insel. Ach du warst nicht ganz im Stronghold? Ja. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh. 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 Wenn du das Ding findest, ne, Den.. den.. den Portalraum. Ähm. Sag mir wie viele Augen drin sind, dass ich weiß. Wie viel ich mitnehmen muss. Ich habe jetzt gerade acht. Du das wahrscheinlich ein, sino zwei, bis kaisern stecken. Ja. Du musst überhaupt erstmal sicher sein, dass das überhaupt ist. Das ist das 100-prozentig, Junge. Leck Eier, jetzt. Ich schwör, das ist es. Wenn es das nicht ist, alter. Bro, ich haue dir so in die Fresse. Wenn du das noch einmal sagst, ich komme und schlachte dich ab, ingame. Okay, ich habe zwölf Perlen, ich komme. Ich möchte echt gerne wissen, wo du dich drunter gebaut hast. Ich lache mich gleich so schlapp wahrscheinlich. Bruder! Bene, schau die scheiß Insel an. Das mache ich gerade, ja. Siehst du mich da? Siehst du mich? Nein. Siehst du den fetten Steinturm, den ich gerade baue? Nein, das war's. Doch. Das sehe ich, ja. Ich habe mich da runter gegraben, da runter gegraben, noch mal ein bisschen weiter hinten runter gegraben, da ist nichts. Sicher. Bruder, du kannst gerne herkommen. Okay, ich komme, ja. Aua, das ist ein Fall. Komm wirklich, komm wirklich her. Du kannst es gerne nochmal durchgraben, ich hole mir jetzt auf jeden Fall Holz. Jo. Da hinten ist ein Stronghold. So schwer war das jetzt nicht, ich habe den Portalraum. Hä? Nee, 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 nee. Der Insel, du bist bei mir gewesen. Naja, ich bin da gewesen, wo der Eingang halt ist. Ach, da unten. Ja, wow, ich habe mich woanders drunter gegraben. Ja, da kann ich jetzt auch nichts. Ich habe mich direkt im Portalraum gebaut, das ist auch geil. Warte mal, kannst du mir noch sagen, bevor du hochgehst oder gehst du gerade schon hoch? Ich gehe gerade schon hoch. Weißt du, welche Höhe das da unten war? Siehst du mich? Ich fliege an dir vorbei. Das ist Höhe... Alles gut, bin unten mit der Pilzku. Die wird jetzt endgeschossen. Ich werde euch durchs Portal schicken und dann werde ich die mit der Pilzku reinfahren. Das wird richtig geil, Junge. Seid ihr ready, Jungs? Ja, soll ich machen? Ich mache jetzt, Alter. Ich will jetzt sehen, wie ihr, fahr jetzt da rein. Nein, ihr müsst erst rein, weil sonst lädt es nicht. Sonst verrückt die Pilzku. Ja, rein da. Okay, perfekt. Hä? Okay, hat nicht funktioniert. Ich hätte das Boot kaputt machen müssen. Schade. Pilzku ist nicht mehr dabei, Jungs. Ja, das ist jetzt kacke, ne? Ja, egal, Digga. Ich habe genug. Warte, habe ich überhaupt Sound an? Nee, ich habe alles off. Okay, Jungs, let's go, let's go, let's go. Come on. Wait, jetzt werde ich... Aua. Nein. Der Drache verpiss dich. Was macht das für einen Sinn? Okay. Hä, der ist gar kein Kristall? Hä? Ja, der hat das Netz schon kaputt gemacht, glaube ich. Wow, danke schön. Okay. Oh, ich habe was da. Aua. Warte, kann ich den mit dem Schwert zerstören, ohne zu sterben? Nee. Ich bin tot jeden Moment. Aua. Ja, hä? Kuss durch, Jungs. Kuss durch. Ähm. Oh, hell no. Uh. Aua. Bist du da oben gestorben? Ja, der hat mich abgestorben. Waren das alle? Waren das alle? Ah, ich sehe es, der ganze Scheiß liegt hier unten. Auch der kommt in uns, ein Bro kommt in uns. Bruder, was siehst du das für ein Alter? Nein. Oh. Was nein? Was nein? Was nein? Ich mach mich wieder auf den Weg, ne? Also nicht das Bett genutzt. Ich hab extra gesagt, Bro, noch das Bett nutzt. Es lebt doch einer tatsächlich, ein Crystal. Ja, das war der, wo ich ganz oben am Anfang war. Bro ist unter mir, Junge. Er wird gleich hierher kommen. Ja, ja, der ist der. Der chillt die ganze Zeit. Okay, gut. Oh, shit, Junge. Alter, Alter. Ich hab Ender Pearl Klatsch gemacht, aber holy shit. Er ist im Harsch weit hinten, Alter, holy shit. Ja, die Kuh ist oben. Bro ist hochgekommen. Ist richtig. Bro ist aber ganz schön am Abgrund, Alter. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Action Loan, Action Loan. Jetzt hauen wir im Platz. Jetzt schaffen wir es, jetzt schaffen wir es. Komm, komm. Die letzten Leben, die letzten Leben. Achtung, dass ich da weghau, ne? Und wir haben's. Wir haben's. Yay. Boom. Wow. Ein Mann allein von dem Land. Wie lange haben wir gebraucht? Wie lange haben wir gebraucht? Ja, warte. Das ist erst ready machen, wenn wir hier durchs Portal gehen. 1,45,36. Na, ich wüsste nicht. Ich flieg gleich runter. Wow. Ich geh nicht mehr. Ja, ich wüsste nicht mehr.